Die Aureole ist der heiligen Schein des wahrhaft Göttlichen. Das Göttliche ist, nicht durch positive Aussagen zu erfassen. Also nicht, ich bin traurig, sondern ich bin nicht glücklich. Das Göttliche ist immer allein. Ihr habt doch alle keine Ahnung, wie ich mich fühle. Immer noch dieses unverschämte Mädchen. Manchmal mache ich mir wirklich Sorgen. Du hast alles kaputt. Wenn man alle Höhen und Tiefen des Lebens durchlebt hat, merkt man, dass man mit Reden nicht viel weiterkommt. Reden ist wie Denken. Es schickt einen nur tiefer die Spirale des Schmerzes hinunter. Irgendwann lernt man, andere Menschen zu akzeptieren. Ich bin Asi.